Die meisten Menschen wollen inneren Frieden ohne die Einsamkeit der spirituellen Kraft. Und sie wollen das Selbstbewusstsein des Erwachsenseins ohne erwachsen zu werden. Dies ist das Zitat der Episode von M. Scott Peck auf Englisch Hallo liebe Deutschlerner, Mitschüler und Genießer des Lebens. Ich bin Marco und du hörst gerade den Authentic German Learning Podcast, Episode 55. Heute reden wir über das Buch Der wunderbare Weg von M. Scott Peck. Viel Erfolg und vor allem viel Spaß beim Deutsch lernen. M. Scott Peck sagte, der Pfad des spirituellen Wachstums ist ein Pfad des lebenslangen Lernens. Auf Englisch The Path of Spiritual Growth is a Path of Lifelong Learning. Und dieses Buch kann dir genau dabei helfen. Es kann dir helfen, mentales und spirituelles Wachstum zu erlangen. Ich finde den englischen Titel des Buches ehrlich gesagt passen. Auf Deutsch heißt das Buch Der wunderbare Weg. Auf Englisch heißt das Buch The Road Less Traveled. Also der Weg, der von wenigen Menschen genommen wird. Wenn man an Selbsterkenntnis und persönlicher Entwicklung interessiert ist, muss man wohl oder übel einen Weg beschreiten, den wenige gehen. Es ist manchmal ein einsamer Weg, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Dieses Buch hat mir viele neue Erkenntnisse gegeben. Es ist ein Buch über Psychologie und darüber, wie man selber wachsen kann in seinem Leben. Ja, wie man erwachsener werden kann, wie man reifer werden kann, wie man empathischer werden kann, wie man glücklicher werden kann. Ja, all dies lehrt das Buch. Und dieses Buch hat mir, wie gesagt, viele Erkenntnisse gegeben. Eine Erkenntnis ist die folgende. Der Autor erklärt Liebe auf eine sehr weise Art. Insbesondere, wie man echte Liebe erkennt und wie man sie von unechter Liebe unterscheidet. Seiner Meinung nach ist echte Liebe kein Gefühl, sondern wird als den Willen, also den Wunsch und die Handlung definiert, sich selbst zu erweitern, um das eigene spirituelle Wachstum oder das von anderen zu fördern. Ja, ich werde das nochmal sagen. Das ist ein sehr interessantes Konzept und ein Konzept, was ich vorher noch nie gehört habe und was du vielleicht auch noch nie gehört hast. Also, er definiert Willen, ja, den Willen etwas zu tun, definiert er mit Wunsch kombiniert mit einer Handlung. Ja, wenn du den Willen hast, etwas zu tun, dann ist das nicht nur ein Wunsch, sondern ein Wunsch zusammen mit der entsprechenden Handlung. Okay, so definiert er Willen. Und echte Liebe ist der Wille, sich selbst zu erweitern. Echte Liebe heißt, dass man sich selber erweitern möchte und auch danach handelt. Ja, echte Liebe bedeutet, das eigene spirituelle Wachstum oder das von anderen zu fördern. Das ist Liebe, ja. Liebe ist kein Gefühl, ja. Das Gefühl, was du hast in deinem Bauch, wenn du jemanden triffst, in dem du vielleicht verknallt bist oder in die du verknallt bist, ja, das ist keine Liebe. Du bist nur verknallt, ja. Dieses, dieses tolle Gefühl, ja, die Schmetterlinge im Bauch, das ist keine Liebe, sondern das ist Verknalltheit, ja. Auf Englisch to have a crush, auf Deutsch verknallt sein. Und wenn du verknallt bist, dann heißt das, dass du Schmetterlinge im Bauch hast und so weiter, aber das ist noch keine Liebe. Liebe bedeutet, dass du das eigene spirituelle Wachstum oder das von anderen fördern möchtest und auch danach handelst. Und das ist manchmal anstrengend, ja. Um zu lieben, musst du dich anstrengen oder brauchst Mut, ja. Du brauchst Mut, du brauchst Anstrengung, um zu lieben. Das ist ein sehr interessantes Konzept aus diesem Buch, ja. Deswegen empfehle ich dir das Buch, falls du mehr darüber erfahren möchtest, ja. M. Scott Peck sagte, love is effortful, ja. Liebe benötigt Anstrengung. Love is effortful, ja. Angenommen, du hast ein Kind und du liebst dein Kind. Dann möchtest du zum Beispiel deinem Kind zuhören, wenn es etwas sagt. Aber Kinder reden manchmal sehr viel und Kinder reden manchmal über Dinge, die dich nicht wirklich interessieren. Und Kinder haben bestimmte Interessen, die uns Erwachsene gar nicht so sehr interessieren. Und deswegen müssen wir uns zum Beispiel anstrengen, um ein Kind zu lieben. Um ein Kind zu lieben, müssen wir uns anstrengen und zuhören. Wir müssen uns anstrengen und uns mit den Dingen beschäftigen, die das Kind beschäftigen, ja. Das ist nur ein Beispiel, ja. Die Liebe eines Elternteils, also die Liebe eines Vaters oder die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind. Kostet ein kleines bisschen Anstrengung. Aber auch bei romantischen Beziehungen muss man sich anstrengen. Damit eine Partnerschaft funktioniert, ja, damit eine romantische Beziehung funktioniert, müssen beide Seiten sich auch mal anstrengen. Sie müssen auf den anderen zugehen. Und sie müssen beide wollen, dass beide spirituell wachsen. Das ist echte Liebe. Vielleicht bist du jetzt noch nicht von dieser These überzeugt, aber ich kann dir versichern, dass sie im Buch gut begründet wird. Ein weiteres sehr interessantes Konzept. Mut ist Handlung trotz Angst, nicht die Abwesenheit von Angst. Also Leute, die mutige Dinge tun, haben trotzdem Angst. Wenn du jemanden siehst, der etwas Mutiges macht, zum Beispiel der Chinese vor dem Panzer, ja, dann heißt das nicht, dass diese Person keine Angst hat. Diese Person hat wahrscheinlich sehr viel Angst, aber sie macht es trotz der Angst. Ja, man handelt trotz der Angst vor dem Unbekannten oder der Zukunft. Du brauchst nicht vor einem Panzer zu stehen, um Angst zu haben. Die meisten Menschen haben einfach nur Angst vor dem Unbekannten oder vor der Zukunft. Ja, eigentlich zwei Dinge, vor die man keine Angst zu haben braucht, aber viele Menschen, mich eingeschlossen, haben Angst vor dem Unbekannten oder der Zukunft. Und wenn wir diese Angst haben, dann sollten wir sie einfach akzeptieren, dass sie da ist und trotzdem handeln. Ja, wenn wir uns von unseren Ängsten leiten lassen würden, dann würden wir nie große Dinge vollbringen. Wir würden noch nicht mal planen, weil wir Angst vor der Zukunft haben. Deswegen ist es so wichtig, trotz der Angst zu handeln. In dem Buch Der wunderbare Weg geht es auch darum, wie man wachsen kann und was man dafür benötigt. Der Autor zeigt dies durch Argumente und durch mehrere bewegende Geschichten aus seiner eigenen Praxis als Psychotherapeut. Ja, M. Scott Peck war Psychotherapeut und hat sehr viele Beispiele in seinem Buch vorgestellt. Laut Peck sind die Symptome einer Krankheit ein wichtiges Zeichen. Ja, die Symptome einer Krankheit markieren den Beginn ihrer Heilung. Sie sind dadurch wichtige Zeichen. Ich werde das nochmal sagen, weil es wirklich ein sehr erstaunliches Konzept ist. Die Symptome einer Krankheit markieren den Beginn ihrer Heilung. Wenn du also zum Beispiel die Grippe hast, ja, du bist krank, ja, und du schniefst, und du hustest, dann sind das Symptome deiner Krankheit. Ja, das Schniefen und das Husten sind Symptome deiner Krankheit. Und wenn du diese Symptome hast, dann bedeutet es, dass der Körper schon damit angefangen hat, sich selbst zu heilen. Denn das Husten und Schniefen hatte eine wichtige Funktion. Wir husten, um die Keime aus dem Körper rauszubekommen. Genauso ist es bei psychischen Krankheiten. Die Symptome einer psychischen Krankheit markieren genauso den Beginn ihrer Heilung. Das, was uns jetzt Qual verursacht, bringt später Weisheit. Und eine psychische Erkrankung ist das Resultat des Vermeidens von Problemen, emotionalen Schmerzen und der Realität. Ich sage das noch einmal, weil das sehr wichtig ist. Eine psychische Erkrankung ist das Resultat des Vermeidens von Problemen, emotionalen Schmerzen und der Realität. Wenn du also ein Problem hast, dann ignoriere es nicht, ja. Wenn du deine Probleme ignorierst, wenn du deine Schmerzen ignorierst, dann wirst du krank, laut M. Scott Peck. Ja, und er muss es wissen. Er ist Psychotherapeut. Wir sollten uns auch keine Illusionen machen. Und wir sollten nicht lügen und Lügen akzeptieren. Denn damit vermeiden wir die Realität. Wenn wir die Realität vermeiden, dann erkranken wir auch psychisch. Wenn wir die Realität erkennen, erst dann sind wir gesund. Aber solange wir Illusionen haben, können wir nicht gesund sein. Erst wenn wir die Realität als solches erkennen, können wir gesunden. Und manchmal ist das verdammt schwer. Ich habe mir früher viele Illusionen gemacht über die Leute, mit denen ich mich umgeben habe. Ich hatte früher ein paar Leute in meinem Leben und ich habe mir selbst eingeredet, dass dies gute Menschen sind. Ich habe mir die ganze Zeit eingeredet, ach, das sind gute Menschen und sie sind so gut und sie sind so toll. Aber es waren schlechte Menschen und sie haben mich schlecht behandelt. Und das hat mich krank gemacht, weil ich die Realität nicht wahrhaben wollte. Und erst als ich mir dieser Realität, dieser Wahrheit bewusst geworden bin, dass diese Leute schlecht für mich sind, obwohl ich immer dachte, es sind gute Menschen, erst dann konnte ich gesunden, erst dann konnte ich eine ausgeglichene Person werden. Und eine Person, die fähig ist, einen Podcast wie diesen zu machen. Eine Person, die genug Selbstbewusstsein hat, um dieses Projekt Authentic German Learning zu starten und am Leben zu erhalten. All dies, was ich in den letzten zwei Jahren gemacht habe, hat ein Level an Selbstbewusstsein erfordert, das ich nicht gehabt hätte, wenn ich nicht an mir selbst gearbeitet hätte. Um geistige Gesundheit zu erreichen und zu erhalten, ist Disziplin erforderlich, um Belohnungen zu verzögern, Verantwortung zu übernehmen, die Realität zu respektieren und ein Gleichgewicht zu finden. Also wie wird man geistig gesund und wie bleibt man geistig gesund? Nun, man braucht Disziplin. Disziplin wofür? Man braucht Disziplin, um zum Beispiel Belohnungen zu verzögern. Der Grund, warum wir zum Beispiel gerne Süßigkeiten essen, ist, weil wir sehr gerne jetzt eine Belohnung haben möchten. Wir essen Süßigkeiten oder wir essen kalorienreiches Essen, weil wir uns gerne sofort gut fühlen möchten. Wir möchten nicht lange warten und abnehmen und uns dann gut fühlen. Nein, wir möchten hier und jetzt möchten wir uns gut fühlen. Und deshalb brauchen wir Disziplin, um die Belohnung hinaus zu zögern. Wenn ich zum Beispiel die Entscheidung getroffen habe, fitter zu werden und nicht mehr so viel Fast Food zu essen, dann brauche ich Disziplin. Ich brauche auch Disziplin, um Verantwortung zu übernehmen. Und ich brauche Disziplin, um die Realität zu respektieren. Ich brauche Disziplin, um mir keine Illusionen zu machen. Denn es ist sehr einfach, sich Illusionen zu machen und einfach so zu tun, als wäre die Welt anders, als sie ist. Aber wenn ich die Disziplin habe, die Realität zu respektieren, dann werde ich geistig gesund bzw. ich bleibe geistig gesund. Das ist ein sehr wichtiges und sehr interessantes Konzept, finde ich, von M. Scott Peck. Und schließlich, ein dritter Aha-Moment aus dem Buch ist folgendes. Das Böse wird im Buch definiert als die Ausübung politischer Macht, um persönliches Wachstum zu vermeiden. Das Böse ist die Ausübung politischer Macht, laut M. Scott Peck, um persönliches Wachstum zu vermeiden. Was er also sagt, ist, dass Politiker nicht selber wachsen möchten, sondern politische Macht ausüben, um spirituelles Wachstum zu vermeiden. Wenn man politische Macht ausübt, dann vermeidet man näherendes, spirituelles Wachstum. Politische Macht ist die Fähigkeit, anderen seinen Willen durch offenen oder versteckten Zwang aufzuerlegen. Das heißt, wenn M. Scott Peck über politische Macht redet, dann meint er damit nicht nur Politiker. Jeder Mensch, der andere Menschen zu etwas zwingt, übt politische Macht aus. Und dieser Zwang kann offen sein, er kann aber auch versteckt sein durch emotionale Manipulation. Viele Leute können andere Menschen sehr gut manipulieren und das ist auch ein Zwang. Und M. Scott Peck definiert dies auch als politische Macht. Solche Menschen, Menschen, die andere Leute manipulieren, vermeiden auch spirituelles Wachstum. Sie zwingen anderen ihren Willen auf, weil sie selber nicht wachsen wollen. Okay, das waren die drei wichtigsten Aha-Momente, die ich aus diesem Buch gewonnen habe. Es gab noch sehr, sehr viel andere Aha-Momente. Und wenn du das Buch liest, dann wirst du wahrscheinlich auch sehr viele neue Erkenntnisse gewinnen. Ich möchte diesen Teil des Podcasts abschließen mit diesem Zitat. M. Scott Peck sagte, Selbstdisziplin ist Selbstfürsorge. Auf Englisch, self-discipline is self-caring. Wenn du so bist wie ich früher, dann sagst du dir vielleicht oft, Ach, Disziplin. Ja, ich hasse Disziplin. Ich möchte doch nicht diszipliniert sein. Ich möchte das Leben genießen. Wozu brauche ich Disziplin? Aber Disziplin ist wichtig. Und laut M. Scott Peck ist Selbstdisziplin Selbstfürsorge. Du kannst nicht für dich selbst sorgen, wenn du keine Disziplin hast. Ein sehr interessantes Konzept. Selbstdisziplin ist Selbstfürsorge. Die Links sind wie immer in den Shownotizen, falls du das Buch kaufen möchtest. Und falls du mehr über persönliche Entwicklung lernen möchtest und gleichzeitig Deutsch lernen möchtest, dann besuche germanlifeupgrade.com Die Rezension der Woche kommt von Olga. Olga schrieb, Das ist so geil! Sie gab fünf Sterne und schrieb, I am so excited for this. I just started learning German. I searched YouTube till I found a program that best suited me. Somehow I came across authentic German learning with Marco. This is far more the best method I've ever seen. He explains the language clearly at slow speed and regular. He uses English subtitles and sometimes none to challenge you. His videos are entertaining, educational in everyday life, culture and he even throws in life learning lessons. He is very passionate and dedicated and very sincere to what he does. He answers your questions so you can be sure you are getting the real thing. Every day I can't wait till I check Twitter, Instagram and YouTube to see what the new word of the day will be or what book and music he recommends. Plus the day's lessons. He makes me excited and happy to learn German. And now with a podcast added, this program AGL is going to soar. His voice is very soothing to the ear and he also has a great sense of humor. Odd, huh? Just kidding. Now with a podcast we can have another method to learn German. I really recommend you follow authentic German learning. You will learn a lot if you stick with him. I am still shy to write in German, but I know he will give me the confidence to speak and write shortly. Congrats, Marco, on your accomplishments and good luck. I wish you well. Nun, vielen, vielen Dank, Olga, für diese tolle Rezension. Ich hoffe, durch diese Rezension finden noch mehr Leute den Podcast und schauen vielleicht auch mal, was ich so auf YouTube, Instagram und Twitter veröffentliche. Falls du, lieber Hörer, auch eine Rezension hinterlassen möchtest, egal wo, dann würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank. Das war's für heute. Du hörst noch das Outro und dann habe ich ein Lied für dich. Falls dir das Lied nicht gefällt, kannst du es gerne überspringen, indem du einfach die nächste Episode hörst. Schreibe unter den Show-Notizen bitte einen Kommentar und sage mir, was dir am meisten gefallen hat. Teile diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat. Ich bin Marco, dein Deutschlehrer und Mitschüler des Lebens. Mit Spaß wirst du die deutsche Sprache meistern. Ich bin fest davon überzeugt, dass du Deutsch lernen kannst. Du kannst es schaffen. Da bin ich mir sicher. Bis zum nächsten Mal. In der nächsten Themen-Episode werden wir über das Buch Selbstbild, wie unser Denken, Erfolge oder Niederlagen bewirkt, von Carol Dreck sprechen. Bis bald. Thanks for listening to this episode of the Authentic German Learning Podcast. Please subscribe to get more awesome episodes. If you like the podcast and haven't done so yet, please leave a rating or review on iTunes. Ratings and reviews are the best way to spread the word about the show and to help other people find out if this is the right podcast for them. Go to AuthenticGermanLearning.com slash free to learn how you can learn German while having the time of your life. You'll never want to stop. That's AuthenticGermanLearning.com slash free Ich verabschiede mich mit einem Lied. Herz aus Stahl von Flobold, Anders Isberg und Aventurin. Falls du Lieder kennst, die in den Creative Commons oder gemeinfrei sind, einen deutschen Liedtext haben und wahrscheinlich den meisten Hörern gefallen werden, dann schicke sie bitte an info at AuthenticGermanLearning.com Hier ist Herz aus Stahl von Flobold, Anders Isberg und Aventurin. Ich kann und will das jetzt nicht mehr, die schöne Zeit ist lange her. Denkst du vielleicht, dass das nicht zählt, wenn ich nicht weiß, was dich so quält? Erklär mir mal, wie ich denn dann deine Art ertragen kann. Es ist vorbei. Dieses Herz aus Stahl, dieses Herz aus Stahl, dieses Herz aus Stahl, es hat sich nie geregt. Dieses Herz aus Stahl, dieses Herz aus Stahl, weiß nicht, wofür es schlägt. Dieses Herz aus Stahl, dieses Herz aus Stahl. Keine Ahnung, was du denkst, was du mir gibst oder auch schenkst, da ist rein gar nichts, was es gibt. Wofür es sich lohnt, dass ich dich lieb? Merkst du denn nicht, wenn du so bist, wie dich das innerlich zerfrisst? Es ist vorbei. Dieses Herz aus Stahl, dieses Herz aus Stahl, es ist so hart und schwer. Dieses Herz aus Stahl, dieses Herz aus Stahl, ich bin und bleib gefangener. Dieses Herz aus Stahl, dieses Herz aus Stahl. In jeder Krise stünde ich bei, wär dir das nur nicht ein allein. Was dachtest du, in welchem Boot? Du mit mir sitzt, du Vollidiot. Ich gehe jetzt, solange ich kann, halt mich nicht auf, fass mich nicht an. Es ist vorbei. Dieses Herz aus Stahl, dieses Herz aus Stahl, das ist so kalt wie Schnee. Dieses Herz aus Stahl, dieses Herz aus Stahl, das tut unendlich weh. Dieses Herz aus Stahl, dieses Herz aus Stahl, dieses Herz aus Stahl. Herz aus Stahl, aus Stahl, das ist so kalt wie Schnee. Z några Stahl Untertitelung des ZDF, 2020